Herzlich willkommen zu Impuls, dem Wirtschaftsmagazin bei TV Touring. Wir sind der Einladung der Sparkasse Mainfranken gefolgt und sitzen hier in der Hauptstelle in der Hofstraße. Bernd Fröhlich ist unser Gesprächspartner, der Vorstandsvorsitzende. Herr Fröhlich, herzlichen Dank für die Einladung. Gerne. Wie schaut es aus mit der Sparkasse? Wie ist es bestellt um die Sparkasse? Ja, allgemeine Frage, schwierige Antwort. Gut oder schlecht? Gut, oder? Im Ergebnis noch gut, aber kurz erklärt. Als Sparkassenvorstand habe ich momentan eine gewisse kognitive Dissonanz, also einen verquerten Gedanken im Gehirn. Warum? Wir haben momentan in Deutschland eine hervorragende Wirtschaftskraft. Die Wirtschaft boomt, die Arbeitslosigkeit ist niedrig wie nie. Dem Mittelstand geht es hervorragend. Unseren Kunden geht es gut, also müsste normalerweise auch der Sparkasse gut gehen. Problem ist, ich sage immer gern, wir sind ja als Sparkasse nichts anderes als Händler in Geld und man hat den Preis unserer Ware, nämlich den Zins, abgeschafft. Und das beschreibt ein Stück das Problem. Deswegen müsste man eigentlich in der momentanen Wirtschaftssituation extrem glücklich sein, sind es aber nicht ganz, weil es natürlich schwierig ist, Geld zu verdienen im Moment für eine Sparkasse. Also die Ausgangslage für Sie als Unternehmer? Schwierig. Wie ist das? Für die Kunden? Teils, teils wahrscheinlich. Auch hier? Also wenn jemand Geld braucht, einfach. Wenn er Geld hat, schwierig. Auch hier die Medaille zwei Seiten. Für den Sparer ist es schlecht, weil es keine Zinsen mehr gibt. Was natürlich auch zu Themen wie Altersvorsorge, Ansparen, schwierig macht für die Kunden. Aber Sie sagen es richtig, freuen tut sich derjenige, der Kredit aufnimmt. Der Häuslebauer kann natürlich momentan seine Wohnung, sein Haus so billig finanzieren wie nie. Trägt die Sparkasse Ihren Namen noch zurecht? Mal etwas provokativ gefragt, nachdem es ja keine Zinsen mehr gibt. Ist der Deutsche nach wie vor noch so gepolt, dass er sagt, ich lege mein Geld aufs Sparbuch, aufs Sparkonto? Das ist erstaunlicherweise noch so. Der Deutsche spart nach wie vor. Wir haben im Jahr 2016 einen der höchsten Zuwächse überhaupt gehabt. Wir haben fast acht Prozent Wachstum in den Einlagen gehabt. Also obwohl es keinen Zins mehr gibt, die Deutschen sparen noch. Leider muss man auch sagen, tendenziell falsch. Denn jüngst war erst eine Statistik veröffentlicht von der Europäischen Notenbank, die war ganz interessant, aus der sich ergibt, dass ein durchschnittlicher Italiener oder ein durchschnittlicher Spanier ein höheres Vermögen hat als ein durchschnittlicher Deutscher. Da kommt man zunächst ins Nachdenken. Wie gibt es das? Weil den Staaten geht es ja genau andersrum. Das liegt aber daran, dass der Deutsche weit überwiegend in Geldanlagen, also in Tagesgeldanlagen, in sicheren Staatsanleihen anlegt und viel zu wenig eigentlich in Aktien, Immobilien und Rohstoffe. Das heißt, da kommen Sie natürlich dann auch ins Spiel als beratende Bank. So ist das. Das ist unser Job, dass wir unsere Kunden aufklären. Das tun wir jetzt auch sehr stark. Denn wenn ich in den momentanen Zeiten, wo ich ja überhaupt keinen Zins mehr bekomme und nach Inflation das Geldvermögen ja eher an Wert verliert, das heißt, die risikolose Anlage gibt es nicht mehr. In der Zeit muss man natürlich viel mehr darauf schauen, welche Anlagestrategie, welche Diversifikation passt zum Kunden. Müssen die Sparer der Sparkasse, mein Frank, mit dem Strafzins rechnen? Also die privaten Sparer, nein. Dafür sind wir Sparkasse. Wobei das schon Anstrengungen für uns bedarf. Das darf man nicht vergessen. Wenn wir für unsere Kunden momentan Geld verwahren, am Schirokonto als Beispiel, dann kostet uns das Geld. Wir können zwar mit dem Geld arbeiten, wir können es als Kredite vergeben, aber nicht alles. Nur ein Beispiel. Wir haben über sieben Milliarden Einlagen unserer Kunden, haben aber momentan knapp fünf Milliarden an Krediten draußen. Also zwei Milliarden müssen wir irgendwie anders am Markt anlegen. Und das kostet uns momentan Geld. Was erwarten Sie sich von der Politik? Ja, die Politik selbst kann da wenig dazu tun, weil letztlich hängen wir natürlich an der Notenbank-Politik. Die Notenbanken sind ja unabhängig, vor allem die Europäische Zentralbank. Für Deutschland müsste ich mir wünschen einen viel höheren Zins. Die niedrigen Zinsen passen zu Deutschland auch nicht. In Amerika ist er hochgegangen, der Zins, aber Draghi ist da auf der Linie, wir bleiben bei der Nullzins-Politik. Ja, Draghi hat natürlich das Problem, er muss eine einheitliche Zinspolitik für ganz Europa machen. Und in dem Maße, wo der Zins für Deutschland eigentlich viel zu niedrig ist, ist er zum Beispiel für Italien und Griechenland fast immer noch zu hoch. Und das ist das Dilemma von meinem Draghi. Damit ist aber gleich beschrieben, dass wir nicht damit rechnen, dass die Zinsen zumindest in diesem oder nächsten Jahr nach oben gehen werden. Weil gerade die hochverschuldeten Südländer können es sich gar nicht leisten. Machen wir einen kleinen Sprung. Sparkasse Mainfranken, in Mainfranken überall präsent. Wie schaut es mit dem Filialnetz in der Zukunft aus? Wie wird sich das entwickeln? Wo gehen da die Trends hin? Ja, gut, wir haben das dichteste Filialnetz in Bayern, haben aktuell noch 108 Geschäftsstellen. Wir werden das auch in Zukunft haben. Was wir aber schon uns anpassen, natürlich ans veränderte Kundenverhalten. Weil man muss einfach sehen, ein durchschnittlicher Kunde besucht eine Filiale noch einmal im Jahr. Einmal im Jahr? Einmal im Jahr, im Durchschnitt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, dafür wissen wir von unseren Online-Banking-Kunden, dass die in der Regel über 200 Mal im Jahr unsere Internetfiliale besuchen. Also da hat sich Kundenverhalten auch geändert. Und das Zweite, was sich verändert, dass einfache Tätigkeiten, einfache Serviceleistungen immer mehr durch Digitalisierung abgelöst werden. Es wird auch immer einfacher. Ich könnte Ihnen zum Beispiel schon nachher, wenn Sie wollen, mal zeigen, wie einfach so eine Überweisung geht, eine Rechnung, die kann ich heute abfotografieren und dann über ein Push-Tan-Verfahren mir sofort im Handy eine TAN generieren und das ist in 30 Sekunden erledigt, so eine Überweisung. Was ich damit sagen will, einfache Serviceleistungen gehen immer leichter. Was aber der Kunde auf der anderen Seite immer mehr braucht, ist, dass wir Lotse durch die komplexe Welt der Finanzanlagen sind. Denn es wird immer komplexer. Für den Kunden wird es immer komplexer und es wird auch immer schwieriger in den Rahmenbedingungen sinnvoll sein Geld anzulegen. Und da wollen wir Lotse sein. Das heißt, die qualifizierte Beratung wird zunehmen. Also das heißt wahrscheinlich dann auch, wenn wir auf Ihre Mitarbeiter schauen im Haus, auch da ändern sich die Tätigkeitsfelder. Also es ist nicht mehr der klassische Schalterangestellte oder Mitarbeiter gefragt, sondern der beratende Mitarbeiter. Es verschiebt sich. Also wir werden immer auch den klassischen Schalter mitarbeiten, aber es wird weniger. Richtig. Dafür wird die Beratung, die qualifizierte Beratung steigen. Das werden wir auch in unserem Geschäftsjournalen jetzt abbilden. Wir werden in viele Geschäftsstellen investieren. Nicht nur in Räumlichkeiten, sondern vor allem auch in Beraterqualität. Da werden wir also eher die Kapazitäten aufstocken. Dafür werden wir in anderen, in kleineren Einheiten Servicezeiten ein Stück runterfahren, aber Beratungszeit immer anbieten. Das heißt, Sie sind auch auf der Suche nach neuen Mitarbeitern? Ja, qualifizierte Mitarbeiter suchen wir nach wie vor und brauchen wir mehr denn je. Gibt es bei Ihnen da auch Probleme in dem Segment? Bankkaufmann, Bankkauffrau? Noch nicht, aber wir merken schon, einmal ist der Beruf Bankkaufmann nicht mehr so sexy wie in der Vergangenheit. Es ist ja so, dass ja die Bankenwelt im Allgemeinen in der Presse nicht so gut wegkommt. Ich sage dann immer gerne, wir sind keine Banker, wir sind Sparkassler. Okay, ganz wichtige Unterscheidung. So ist das, ja. Wir haben Gott sei Dank, finden wir noch ausreichend Kolleginnen und Kollegen, aber wir merken schon, es wird weniger an Bewerbungen und die Demografie schlägt auch zunehmend zu. Also jetzt kommen langsam die geburtenschwachen Jahrgänge und das macht es uns in der Tat nicht mehr so leicht wie früher, ausreichend qualifiziertes Personal zu finden. Jetzt liegt es natürlich in der Natur der Sache, dass ältere Menschen vielleicht eher das klassische Bankgeschäft bevorzugen, sprich an den Schalter zu gehen, sich ein Geld zu holen, eine Überweisung abzugeben. Aber Sie haben es schon angedeutet, neueste Errungenschaft, Digitalisierung, Fotoüberweisung. Ich möchte es jetzt schon wissen, wie funktioniert das? Ja gerne. Weil ich finde es faszinierend. Rein zufällig habe ich eine Rechnung da liegen. Ja, also das können Sie mit jeder Rechnung machen. Das ist, ob es eine Handwerkerrechnung ist oder Sonstiges. Jeder kennt das, wenn man mal eine Überweisung ausfüllt oder eingibt, wie mühsam das ist, die IBAN, diese ewig lange Stellen einzugeben. Stimmt, ja. Da schimpfen viele drüber und verschreiben sich dann ein paar Mal und dann brauchen es die nächsten Überweisungsträger. Ja. Sie laden unsere Sparkassen-App runter, wenn Sie es nicht schon haben und da geht es ganz einfach. Man kann sich da schnell einwählen in sein Konto. Und da drückt man dann auf Fotoüberweisung. Und dann können Sie mit dem Handy die Überweisung einfach einmal abfotografieren. Dann hat man das Foto auf dem Handy drauf. Dann drückt man hier auf Weiter, dann wird die Rechnung analysiert durch einen Rechner im Hintergrund. Das dauert dann ganz kurz. Und dann wird die Überweisung ausgefüllt drauf. Dann drücke ich nochmal auf Weiter und dann kommt eine Push-Tan, wird im Hintergrund generiert. Da gebe ich noch einmal, quasi wie eine Unterschrift, ein von mir gewähltes Kennwort ein und die Überweisung ist fertig. Faszinierend. Ich meine, das Foto machen, das ist jetzt nichts Neues. Aber die Tatsache, dass die App sich dann wirklich die IBAN raussucht, alles einträgt, den Betrag und das platziert. Sie haben es gesehen, das ist erkannt worden. Betrag, es ist der Verwendungszweck drauf, der Betrag, die IBAN, alles. Und es geht ganz einfach. Und das kann ich uneingeschränkt nutzen? Uneingeschränkt, ja. Kann jeder tun. Das ist ein Beispiel, wie heute Digitalisierung auch das erleichtert. Und wenn man das mal einmal sich hat einrichten lassen, da hilft man natürlich jedem Kunden gerne. Man kann es auch selber zu Hause machen, aber gerne auch in der Filiale. Dann kann man zu Hause, jede Rechnung kommt rein, ich fotografiere sie sofort ab, in 30 Sekunden erledigt und ich habe das abgearbeitet. Perfekt. Ein Beispiel für viele. Wunderbar. Und da kann ich mich natürlich dann auch vor Ort in den Sparkassen entsprechend beraten lassen. Selbstverständlich. Digitales Beratungscenter steht aber auch auf der Agenda bei Ihnen. Richtig. Auch hier erkennen wir ja, dass zunehmend gerade junge Leute, aber nicht nur, gewohnt sind, immer mehr mit Handy und Co. umzugehen. Sodass wir ab Mitte nächsten Jahres ein sogenanntes Digitales Beratungscenter anbieten werden. Das kann man sich vorstellen wie eine voll funktionsfähige Filiale, wo auch ausgebildete Berater sitzen. Und dort kann ich mich von 8 bis 20 Uhr, also viel länger als unsere Öffnungszeiten sind, jeden Tag auch beraten lassen. Und das funktioniert entweder über Videoberatung oder am Telefon oder mit Chat, also was es heute Möglichkeiten gibt. Auch hier gibt es tolle Sachen mittlerweile. Sie können, wenn Sie das wollen, zum Beispiel sagen, dass Ihnen der Berater auf Ihrem iPad oder auf dem Handy eine Präsentation zeigt, wie er mit Ihnen am Telefon durchgeht. Und wenn dann der Berater da was draufmalt auf die Präsentation, sehen Sie das. Also wie wenn ich Ihnen ein Blatt hinlegen würde und Ihnen was aufmalen würde. Also das geht heute alles schon technisch. Und damit kann man über so ein digitales Beratungscenter vollumfängliche Beratungen durchführen. Wunderbar, perfekt. Dann interessiert mich noch eines, die Aktivitäten im Immobilienbereich, im Baubereich. Sie erweitern, Sie bauen um. Und da würde ich vorschlagen, das schauen wir uns jetzt mal kurz an. Gerne. Wie versprochen sind wir umgezogen. Wir sind auf einen Terrassenbereich der aktuellen Hauptstelle der Sparkasse umgezogen. Bernd Fröhlich, ich muss aber nochmal auf unser Gespräch von vorhin zurückkommen. Das wollen wir den Zuschauern nicht vorenthalten. Diese Fotoüberweisung, die mich so fasziniert hat, ist das sicher? Ja, das ist das momentan sicherste Verfahren, das es am Markt gibt. Man hat das Push-Tan-Verfahren und auch von der Stiftung Finanztest erst bestätigt worden. Also sicherer geht es im Moment nicht. Genial. Wir stehen hier auch sicher. Blicken mal nach unten. Ingolstädter Hof nennt sich die Straße, Richtung Domabfahrgasse hinten raus. Hier ist abgerissen worden. Teilweise wird noch abgerissen. Sie erweitern hier. Warum? Das hat drei Gründe. Zum einen legen wir hier Geld an. Viele Kunden meinen ja, wir würden sowas hier finanzieren mit Gewinnen, die wir machen. Das ist nicht so. Sondern wir haben Eigenkapital, das wir anlegen und wir legen auch das Geld unserer Kunden an. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Ich habe es ja vorhin gesagt, wir haben zwei Milliarden mehr Kundengelder, als wir Kredite haben. Die müssen wir irgendwie sinnvoll anlegen. Das können wir tun in Pfandbriefen, in Staatsanleihen oder in Immobilien. Und wir meinen, eine Anlage, eine Immobilie in Würzburg ist nicht das Schlechteste. Das ist der erste Grund. Der zweite ist in der Tat, wir bauen hier ein Bürogebäude an, das uns dann in die Lage versetzt, Mitarbeiter zusammenzuziehen, die momentan in der Stadt auf verschiedene Standpunkte verteilt sind. Das hat Effizienzvorteile. Und das dritte ist, dieses Gebäude, wie Sie es hier sehen, ist momentan, der Fachmann sagt dazu, multitenentfähig. Also nicht multitenentfähig heißt nichts anderes, als dass man Teile abgrenzen könnte und an andere Mieter vermieten kann. Das könnten wir momentan nicht aus Sicherheitsgründen. Und wir werden hier einen zentralen Eingangsbereich bauen, der uns auch in die Lage versetzt, dass man zum Beispiel einzelne Flügel dann abtrennt und vermietet, wenn wir die Räume nicht selbst nutzen würden. Also eine höhere Flexibilität und damit vielfältig aufgestellt für die Zukunft. Ganz genau. Ich glaube, die Einschätzung, wie sich die Geschäfte entwickeln, ist auch für Sie immer schwieriger geworden. So ist das. Keiner kann momentan sagen, wie sich die Zinsen entwickeln werden, wie lange wir mit dieser Niedrigzinswelt noch leben, wie sich die Sparkassenwelt weiter verändert, die Bankenwelt. Und insofern ist es immer gut beraten, hier eine Gebäudlichkeit zu haben, die flexibler ist als bisher. Ein Teil ist schon abgerissen, haben wir gesehen, aber auch hier ist der Kostendruck für Sie natürlich riesengroß. Nicht nur für Sie alleine, für alle Bauherren, wenn wir das Gebäude im Hintergrund sehen, das wird jetzt einzeln zerlegt. Ja, heutzutage ist es nicht mehr so, dass die Abrissbirne kommt, dann gibt es einen Haufen, der wird weggeschafft, sondern es wird wirklich teilweise mit der Hand, wenn man das beobachtet hat, Ziegel werden mit der Hand zum Teil abgenommen, Holz wird getrennt, die Fenster werden jetzt noch rausgenommen, also wirklich alles einzeln entsorgt. Und das macht es in der Tat aufwendiger und teurer. Eine der großen Stellen, die dann verschwinden wird, beziehungsweise als Niederlassungsbereich der Sparkasse, ist die Ludwigstraße, das kommt dann alles hier mit rein. Die Kolleginnen und Kollegen, die dort untergebracht sind, kommen dann hier rein. Und was wir auch hier machen momentan, ist ja die Kundenhalle auch moderne Anforderungen anpassen. Sie haben, wenn Sie die alte gesehen haben, ist es auch riesig groß und auch zum Teil dunkel. Also hier werden auch die Bereiche für die Kunden deutlich moderner, schöner und heller werden. Gut, wunderbar. Wann soll das Ganze fertig sein, wenn die Ziegel mit der Hand abgedeckt sind? Also der Neubau soll stehen, wenn alles planvoll läuft, so Mitte 2019. Aber bis dann auch hier in dem Haus alle Anpassungen fertig sind, wird es bis 2020, vielleicht bis 2021 dauern. Wunderbar. Bernd Fröhlich, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Ich denke, liebe Zuschauer, auch für Sie war es eine sehr interessante Sendung. Und wie wir eingangs schon gesagt haben, die Sparkasse Mainfranken bleibt die Sparkasse Mainfranken. Es wird immer noch gespart. Unternehmerisch ist es ein bisschen schwieriger geworden, aber auch das wird gemeistert. Herzlichen Dank. Vielen Dank für Ihr Interesse. Schönen Abend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017